Hallo zusammen und willkommen zurück zur nächsten Folge Perfect World mit unseren neuen Rüstung. Und mittlerweile Level 16 und der Kalabier ist natürlich dabei und auch der Pascal. Hi. Ja, ja, ich sehe immer noch gut aus. Guck mal, das andere aus meinem Gürtel ist da, dieses was da weißt, so runter geht. Das ist wie eine Art Flügel. Ja, und das ist obenrum so, du hast so einen weiten Ausschnitt. Ja, ne? Eigentlich hätte ich... Ich habe gar keinen. Eben, da ist irgendwas verkehrt. Ich habe null Ausschnitt. Aber ich habe Bauchfreiheit. Ja, sieht aber auch gut aus. Das muss ich verstehen. Was? Oh, entschuldige. Ganz kurz nur. Warte, warte, warte. Uh, Bauchnabel. Okay, können wir weitermachen. Warum trage ich als Mann einen Rock? Der trägt Ekalabier gerade auch, aber das ist kein Rock, das ist eine Tunika. Das ist ein Kleid. Eine Tunika? Oder sowas in der Art. Ne? Würde ich sagen. Eigentlich ist es eher eine Arobe. Meine ich doch. Tunika ist was obenrum, ne? Ähm, warte. Ich muss mal bei meinem Bank hier ein bisschen was abgeben, hier zum Beispiel mein Panda-Junges. Und die komischen Dinger hier. Vielleicht brauche ich die ja später noch mal, aber momentan nicht. Die kann ich dem auch mal da abgeben? Kann ich das? Ja, kann ich. Sehr schön. Und dann muss ich beim Händler noch ein bisschen was... Ich habe mal eine winzige Tresor für meine Tresordienste. Ja, im Moment habe ich auch noch nicht so viel, aber Kosmetikerin, bei der kann man nichts verhökern, ne? Ich brauche irgendwen, der ich was verkaufen kann. Apotheker. Gehen wir vor, hier vorne hin. Dann kann ich was verkaufen. Das ist schön, ihr könnt jeden Händler anquatschen und der kauft euch alles ab, was ihr habt. Was haben wir hier? Angriff. 154. Okay, weg damit, weg damit. Mit... Ist das... Mentalist... Kleriker. Was hast du momentan für eine Waffe, EK? Ich habe ein Schwert. Wie viel Schaden macht das? Ähm, Sekunde, der macht... Ähm, 46 bis 69 physisch und 82 bis 101. Okay, hat's geschafft. Achso, die brauche ich ja. Ups. Wir sind zu ruhig. Hä? Wir sind zu ruhig. Dann rede doch. Unterhalte uns. Was soll ich denn sagen? Sing etwas Schönes. Ich kann nicht singen. Das sagen sie alle. Genau. Fang an. Ich habe dich aufgefordert, anzufangen. Los. Demonstration. Ladies first. Oh, ich muss zum Schmied. Ich habe bei dem noch eine Quest. Was? Dezenter Thema, Wickel. Oh, da habe ich auch. Meine Questlist ist schon voll. Ey, ich habe jetzt so komische Schmetterlinge um mich herum schwirren. Schmetterlinge? Ja, ich auch. Warum? Woher? Keine Ahnung. Wenn wir jetzt einen Händler finden, dann können wir uns bei dem übrigens so eine komische Spitzhacke kaufen. Und können dann diese Rohstoffe abbauen, die wir ja brauchen. Ah, hier. So schnell findet man einen. Okay. Okay. Bei Sonstiges. Ach nee, kann ich doch noch nicht. Scheiße. Braucht man 2000 für. Ich habe erst 1200. Ich dachte, das könnte man mit 1000 schon kaufen. Ich glaube, ich habe 42. Yay. Das ist ja echt viel. 42. Hast du mal dein Zeug verkauft? Nee, warte, mache ich jetzt. Weil dadurch habe ich ja so viel bekommen. Das ist mal alles, was du nicht brauchst. Ich warte dann noch kurz auf dich. Ich muss nochmal zu Schmied Yee. Der ist aber, ist der hier vorne? Ich habe meine Rüstung jetzt auch komplett. Yeah. Ich würde voll gerne sehen, wie du aussiehst, aber es sehe ich ja dann deine Aufnahme. Ich habe nur 450 noch dazu. Ich habe gerade 490 Gold. Egal. Was hast du denn alles verkauft? Ein paar Rüstungsteile. Das war es auch schon. Hast du keine Waffen, die du verkaufen könntest? Ja, meine erste Waffe. Aber die war nicht wirklich sehr teuer. Ich habe noch ein paar eingesammelt. Ja, macht nichts. Ich muss noch zum Schmied Yee. Musst du da auch hin? Und Apotheker Yee Yun. Das ist eine Wache. Wache Yee. Ah ja, zu der können wir auch. So. Ich kann hier nicht mal anfangen zu killen. Da kommen wir noch genug Belegenheiten. Wozu? Zum Kill? Ja, auf jeden Fall. Mehr als genug. Huch, wo renne ich denn eigentlich hin? Keine Ahnung. Ich folge dir einfach. Das freut mich. Stalker. Wieso? Ich habe mein Schwert noch. Wie ein Schwert? Ja, auf dem ich reite. Ach so, ja, ja. Ach, dann kannst du doch weiterhin fliegen. Ja. Cool, da hätten wir gar keine Elfen nehmen müssen. Na toll. Super. Ja, wo ist der denn? Aber kein Vorteil davon, wenn wir Elfen sind. Oh nein. Aber dann, warum haben wir dann unsere Ors im Flügel nicht mehr? Ja, eben. Das ist so gemein. Ich bin was Besonderes. Du bist ein scheiß Mensch. Menschen sind nichts Besonderes. Alter, wo führt der uns hin? Das müssen die Elfen gerade sagen. Nein, 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 mein Gott, lass uns da hinfliegen, Mann. Guck mal, wo der uns herführt. Äh. Zu wem gehst du denn? Zu Wache Je. Klick mal auf die. Klick mal auf die. Klick mal auf die. Klick mal auf die. Dann geht die in die andere Richtung. What the fuck? Jetzt kamst du richtig hin. Alter. Ich folge dir einfach unauffällig. Ach, du bist geflogen. Ja gut, aber ich bin gelaufen. Nein, ich bin auch bis eben gelaufen. Das war voll bescheuert. Voll der Umweg, ey. Ich habe jetzt übrigens direkt den Timer gestellt, ne? Nur so, nebenbei. Ich glaube, der Timer wird so ein Running Gag in meinen Let's Plays. Okay, ich habe den Timer vergessen, scheiße. Oh. Oh. Sichere Zone betreten. Oh mein Gott, Riesenbaum voraus. Ich will die Scheiße endlich mal verschieben können. Hat sie erledigt. Oh, ich verliere Mana. Was zum Henker ist das? Hey, habe ich jetzt zwei Geistzauber aktiviert? Das geht doch gar nicht. Ja, ich habe das auch. Das ist, glaube ich, nur, wenn man fliegt. Deswegen, wenn man schneller fliegt, man kann ja beschleunigen beim Fliegen. Dann wird, glaube ich, diese zweite Geistzauber Mana-Dings-Balken weniger. Kann man beschleunigen? Ja, man kann etwas schneller fliegen. Ja, man kann etwas schneller fliegen. Das verbraucht aber noch mehr, Mana. Ja, nein, nein. Oh, warte kurz. Jetzt muss ich das selber nachgucken. Warte, einfach. Du gehst auf E. Drückst E. Ja. Oberste Reihe. Zweite von rechts. Beschleunigen. Das geht bei mir nicht. Ja, äh, du fliegst gerade? Ja. Wo bist du? Bei mir geht's. Wo bist du? Du wolltest mir doch folgen. Ja, ich bin dir ein bisschen gefolgt, aber ich bin hart stehen geblieben, um diese Sache zu suchen. Komm mal bitte zu mir. Das wäre jetzt gerade zu offen. Ich bin aber gerade bei Wache. Komm einfach zu der. Ach nee, in die Richtung bin ich. Ach scheiße. Warte, ich komme zurück. Ich komme dir jetzt quasi entgegen. Muss man irgendwie auf eine bestimmte Art fliegen, oder wie? Nein, ich erkläre es dir gleich. Du willst aber erstmal, dass du hier bist, sonst muss ich das noch fünfmal erklären. Nee, ist doch okay. Ich bin noch so gut wie bei dir. Okay. Gut, dann fliegen wir jetzt beide zu Wache, Lee. So. Ja? Ja, da wollte ich das sowieso hin. Naja, aber während du dann fliegst, drückst du jetzt halt auf Beschleunigen. Das geht nicht. Da passiert nichts. Nicht? Nein. Stimmt, da passiert wirklich nichts. Hm. Warum gibt es das, wenn es nichts bringt? Okay, ich bin auch ratlos. Was denn? Hm. Beschleunigend funktioniert auch bei mir nicht. Dann hat das ja keinen Sinn. Oh Gott, wo ist diese dämliche Wache, Mann? Ach so, oh scheiße. Von der kriegen wir neue Quests hier in diesem Gebiet. Oh je. Dann müssen wir diese komischen Viecher killen. Scheiße, da habe ich zu spät dran gedacht. Sollen wir dann lieber eine andere nehmen? Ja, wir haben ja noch genug. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber beim, der träumende Älteste ist dasselbe. Windelfeneinsiedlerin ist dasselbe. Bambusdorfhäuptling ist dasselbe. Also wir müssen erstmal gucken, dass wir... Was machen wir denn am besten? Wacheling? Ist wahrscheinlich auch dasselbe. Apotheker Jiyun. Das ist die einzige Quest, die ich wahrscheinlich noch in diesem Dorf habe. Den habe ich aber nicht. Nicht? Apotheker... Nö, ich habe keinen Apotheker, zu dem ich hin muss. Aber geh du dann ruhig zu dem Apotheker. Hast du vielleicht vorhin nicht alle Quests angenommen? Ich dachte, die sollten nicht alle Quests annehmen, weil wir doch erstmal die erledigen wollten. Du hast aber doch bei denen, als wir jetzt die Leute da abgeklappert haben, hast du doch die Quests angenommen. Ich meinte nur von der Ältesten nicht direkt. Doch, die habe ich angenommen. Na dann? Keine Ahnung. Na komm. Quest. Achso, ich hatte nur den Apotheker vergessen. Ähm, ja jetzt muss ich ja diese komischen Rohstoffe sammeln, kann ich ja aber noch nicht, weil ich noch keine Spitzhacke habe. Ich hab die schon. Oh, das ist ein mysteriöses Mädchen. Oh. Klingt doch spannend. Sehr. Okay. Hm. Okay, was auch immer. Flockenblumen. Achso. Was? Hm? Ich muss... Grünes Blattkraut? Von Pollenskorpionen. Achso. Ach du Scheiße. Ich muss zwölf erdene Soldaten. Nein, ich muss... Was zum Monofus-Junggrund zur erdener Soldat einfacher. Grausamer selber... Ich muss mal viele Viecher killen. Ich auch. Schau mal, das ist das Richtige, das Richtige, was wir hier zu tun haben. Okay. Ich muss noch voll viel sammeln. Ja, das müssen wir auch. Wird lustig. Okay, wo gehen wir dann jetzt als nächstes hin? Ähm... Warum fragst du mich das immer? Keine Ahnung. Äh, Flockenblume, sag ich mal. Flockenblume? Wo sind die denn? Da, Flockenblume. Okay. Halt. Wow. Ich will mir beim Schmied eine andere Waffe holen, wenigstens. Weil ich bin sicher, ich kann mittlerweile eine viel bessere Waffe bekommen. Ich bin mir auch sicher, aber ich kann nichts bezahlen, deswegen lass ich's. Ach, ich muss erstmal meine Skill-Punkte verteilen, mein Gott. Worauf denn? Stärke und Geschick. Ach so, stimmt. Da war doch was. Hm. Vielleicht nochmal ein paar Vitalität. Und den Rest auf Geschick. Hui. Die Magie bringt, äh, Stärkung und Geschick nichts, ne? Hm. Du musst, äh, bei den Waffen, wenn du die Waffen kaufst, musst du gucken, welche Attribute die brauchen. Dann weißt du auch ungefähr, wie du die skillen musst. Okay. Das wusste ich aber gar nicht. Warte, ganz kurz. Nein, Quatsch. So. Okay, warte, benötigt das Level 13. 22, 13, benötigt Stärke 9 und Geschick 33, okay. Gut. Okay. Das muss ich auch anziehen. Oh, 3300. Scheiße, ich kann mir den gar nicht holen. Ja, das dachte ich will. Bringt der mir überhaupt irgendwas, weil der Bogen, den ich momentan hab, macht... Oh, okay, hat sich erledigt. Ja? Ja. Der Bogen, den ich im Moment hab, ist total awesome. Ich brauche aber keinen anderen. Selbst der, den ich für 3000 holen könnte, ist nicht so gut wie der. Verrückt. Verrückt. Oh, ich kann mir der ältesten Quest auch geben. Oh, gut zu wissen. Oh, jetzt kann ich bei der wieder welche annehmen. Nein, ich will nicht. Ich komm zu den Flockenblumen. Okay. Endlich nach drei Stunden. Ja. Bist du schon da? Ja, ich bin schon da. Hui. Bist du schon am Killen, oder was? Nein. Wollte schon sagen, warte gefälligst auf mich. Das ist voll die spannende Folge, ey. Ich flieg von einem Eck zum nächsten und hab eigentlich überhaupt keinen Plan, was ich hier tue. So geht's mir auch. Du müsstest ein paar Wölfe töten. Nein. Du bist jetzt hier. Oh. Bim. Was muss ich hier töten? Wölfe. Welche? Es gibt nur eine Art von Wölfen. Echt? Ja. Es war jetzt auch nur ein Wolf gerade da. Och, Mist. Das ist aber blöd. Aber diese erdenden Soldaten hier brauchen wir auch. Ja, dann töten wir die auch. Ich sehe nur gerade keinen erdenden Soldaten. Und die Monofußviecher brauchen wir auch. Ja, wie ich schon sagte, ich sehe gerade keinen erdenden Soldaten. Einen müsstest du aber schon haben. Tiefenflamme, brauchen wir die auch? Pollenskorpion. Die Skorpione brauchen wir auch. Also wir können eigentlich alles töten, was hier um uns herum kreucht und fleucht. Nur die Heptizip, der Käfer nicht mehr. Was? Du hast mir mein Gegner abgenommen. Ja, und? So. Sind noch genug da? Mann, ey. Ich will aber auch kämpfen. Boah, ich fliege jetzt einfach drüber und schieße einfach alles nieder, was mir hier vor die... Ja. Wo laufst du hin? Ich wollte einen Wolf töten. Mein Skorpion. Nein! Da oben ist noch einer. Den hole ich mir. Okay. Los! Flieg, Elflein. Und da ist noch ein Wolf. Stirb, Wolf. Lass mal, lass mal eine Mund über. Leichter Heiltrank. Bringen die uns überhaupt noch irgendwas? Nee, wir haben so viele andere Sachen. Ich habe auch noch meine komischen Rechterzauber, deswegen... Ja, ja, deswegen bringen die uns überhaupt nichts mehr. Nee, es ist wirklich unnötig. Oh, du hast nach Erde eine Soldaten gefunden. Ja, aber nicht viele. Da ist noch einer. Wie viele von den Wölfen brauchen wir eigentlich? Keine Ahnung, bis wir dieses Ding zusammen haben. Was kriegen wir denn von denen? Sekunde, von denen kriegen wir... Ich kriege von denen gar nichts. Ich muss gar keine Wölfe mehr töten. Ich musste die von Anfang an nicht töten. Was hast du denn von denen bekommen? Ich musste ein paar töten. Es ging um diese komischen... Um diese komischen... Ich weiß nicht mehr, was das war. Dieses komische... Wofür du hier zu mir gekommen bist? Wofür bist du hier zu mir gekommen? Achso, diese... Ja, genau. Egal. Ja. Flockenblumen, glaube ich. Oder sowas in der Art. Was? Flockenblumen oder sowas. Ja, genau. Deswegen. Dafür bräuchten wir die Wölfe. Oh, krillig 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 krillig. Ich bin auch gar nicht wahllos am Töten hier. Ach, diese Junggrunzer, Viecher, Dinger. Was ist denn? Das sind diese komischen Pinguine, die hier rumspringen. Ach ja, die hab ich noch gar keine. Wir sind schon bei 21 Minuten, ne? Ehrlich? Nö, bei mir sind wir bei 20. 20. Die eine Minute. Ah, komm, ist ja egal. Hui. Beams. Ach so. Noch ein erdender Rechter. Wie sieht's? Ich brauch noch zwei. Okay. Ich brauch noch drei. Drei. Schade, dass du jetzt nicht bei uns bist. Wenn wir alle noch zu dieser Hauptstadt müssen, dann könnten wir doch endlich zusammen kämpfen, oder? Jep. Dauert eigentlich auch nicht mehr so lange, aber dadurch, dass wir jetzt die ganzen Gegenden hier noch durchquesten müssen, quasi. Dauert es also doch noch etwas. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, wir können das alles auch einfach so... Kommst du zu mir? Hier ist ein erdender Rechter. Ja, warte. Hinten sind diese Mono-Dinger. Ja gut, wenn du die Mono-Dinger jagst... Nein, 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 ich bin schon da, ich bin schon da. Ich hab's hier alle. In Ordnung. Ach nee, einer fehlt mir noch, einer fehlt mir noch, ich brauch noch einen Soldaten. Ich will wenigstens noch die Soldaten alle fertig kriegen. Ja, hier, hier, in die Richtung. Wasser. Ich bin nicht in Wasser gefallen. Oh, da ist noch einer. Stirb. Der ist meiner. Nein, das ist meiner. Streiten wir nicht um Soldaten. Ach, verdammt. Das war meiner. König gehört. Ach, halt die Klappe. Okay, damit hab ich jetzt alle zusammen und ich würde sagen, damit beenden wir dann auch die Folge vorerst, weil... Einen Moment, ich will eben noch den Film. So, jetzt. Okay. Jawoll. Nicht, dass E.K. mir hier unter den Rock guckt. Warst du kein Rock, du hast nur Hose an. Ah, stimmt ja. Ach, ich hab den Rock. Sehr geil. Komm hier hin. Fuß, los. Seit wann guckt die Frau dem Mann unter den Rock? Bitte? Seit wann guckt die Frau dem Mann unter den Rock? Gar nicht. Keine Ahnung. Aber egal. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.